Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Ich höre den Predigtext für den ersten Sonntag nach Epiphanias, wie er uns gegeben ist im ersten Korintherbrief im ersten Kapitel. Paulus schreibt, seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er die Weisen zu Schanden mache und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er zu Schanden mache, was stark ist und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist. Das hat Gott erwählt, was nichts ist. Damit er zu Nichte mache, was etwas ist. Auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott. Und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, einer der wichtigsten Gründe für Kirchenaustritte ist die Kirchensteuer. Von manchen Steuerberatern wird das geradezu empfohlen. Es wäre doch unsinnig rausgeschmissenes Geld, diese Kirchensteuer. Oder, eine andere Sache, warum machst du denn das alles? So wird mancher verständnislos gefragt, der sich Zeit für die Kirche nimmt, Zeit und Geld in die Kirche investiert. Warum machst du denn das alles? Was hast du denn davon? Oder? Du kannst ja mal dafür beten, sagte einer. Und er meinte damit das schöne Wetter. Ja. Aber eigentlich meinte er damit auch so etwas Komisches und Nutzloses wie das Beten. Das machst ja nur du. Liebe Gemeinde, der Glaube wird von vielen belächelt. Von vielen Menschen. Warum? Weil sie ihn nicht verstehen. Weil sie ihn an der verkehrten Stelle zu verstehen suchen. Mit dem Glauben ist es wie mit der Liebe. Sich liebende Menschen werden oft auch von außen so ein bisschen belächelt. Ja, was sie sagen. Wie sie sich benehmen und was sie auch einander schenken. Was die Liebe auch für Blüten hervorbringt. Das liegt sowohl im Glauben als auch in der Liebe bei den Menschen an der Hingabe. Die Hingabe. Die Hingabe in der Liebe und im Glauben. Hingabe kennt nur der, der wirklich liebt. Wer nur nach Nutzen und nach Ausbeute fragt, der kennt keine Hingabe. Der wird sowohl der Liebe als auch dem Glauben gegenüber fremd bleiben. Hingabe kennenzulernen, das ist wohl ein Schlüssel zum Glauben. Die Hingabe. Und das geht in eine ganz andere Richtung, als die Welt im Allgemeinen geht. Hingabe ist nicht auf Erfolgskurs ausgerichtet. Hingabe ist nicht darauf ausgerichtet, für mich das allerbeste und schönste und großartigste nun herauszuschlagen. Bei der Hingabe wird nicht am Ende gerechnet, was herauskommt. Sondern Hingabe ist für den anderen da. Und unser Text will unseren Glauben einmal unter dem Schlüssel der Hingabe beleuchten. Und damit geht es nicht wie bei anderen Glaubensgemeinschaften darum, dass der Mensch sich zuerst Gott oder irgendeinem anderen Wesen eben hingeben muss. Sondern am Anfang unseres Glaubens steht die Hingabe Gottes. Das ist das Erste. Gott gibt sich selbst dahin. Er organisiert und leitet nicht alles von oben herab, sondern er wird selbst Mensch und ein Armer und Niedriger noch dazu. Und gerade das ist es, was den Menschen zu allen Zeiten immer wieder so schwerfiel zu glauben, dass Gott so anders ist, so anders, als wir es uns vorstellen können. So anders, als wir meinen, dass er vielleicht sein könnte. Die Menschen suchen immer große Idole. Große Idole, denen sie nachlaufen können. Gekrönte Häupter, Glanz und Macht, prominente Größen. Das ist es, was die Menschen begeistert. Das, was sie vergöttern. Wenn Gott ein glorreicher Führer wäre, vielleicht würden dann die Menschen in Scharen gelaufen kommen. Aber Gott ist eben ganz anders. Er geht nicht den Weg des Erfolges, den die Welt gehen will. Er geht nicht den Weg, wie die Welt meint, dass er gegangen werden muss, sondern er geht den Weg, der eben gar nicht auf Erfolg ausgerichtet ist, der sich gar nicht an Erfolg und Misserfolg messen lassen will. Gott geht den Weg der Hingabe. Und Hingabe heißt für Gott, alles zu geben. Wer gibt schon alles? Gerne geben wir auch einmal ab. Wenn es sein muss, geben wir durchaus auch einmal viel ab. Aber es muss doch irgendwie auch noch etwas für uns bleiben. Gott hat für sich nichts mehr behalten. Seinen Sieg hat er nicht durch den Einsatz größter Macht und durch die Auferbietung aller Kräfte errungen, sondern die schwerste Niederlage war sein Sieg. Der Verbrechertod seines Sohnes am Kreuz, alles hat er liebend dahin gegeben. Und damit hat er uns das Leben gegeben. Und weil Gott mit dieser seiner Hingabe so anders ist, deshalb sind auch die, die sich um ihn scharen, andere Menschen. Paulus schreibt, nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt. Welch eine Karriereleiter muss einer schon hinter sich haben, um irgendwo ganz oben anzukommen, im Kanzleramt zu arbeiten oder irgendeine hohe Funktion im Weißen Haus zu haben. Welch eine Karriereleiter machen manche Menschen. Und wie sehr orientieren wir uns immer wieder nach oben, immer wieder nach etwas Besserem. Wie weit schaffen wir es denn noch im Leben? Ein arabisches Sprichwort sagt, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Gott aber beruft seine Gemeinde aus anderen Menschen. Er sucht nicht den besseren Umgang. Und das ist das Zweite, was unser Text uns sagt. Gott beruft Menschen, die ihm nichts vorzuweisen haben. Das ist das Berufungskriterium Gottes. Er will sich denen hingeben, die selbst nichts zum Hingeben haben. Wer da noch meint, selbst etwas mit in die Waagschale werfen zu können, der ist dem Glauben noch recht fern. Das ist nicht eine Verachtung der Intelligenz, auch keine Ohrfeige für besitzende oder angesehene Menschen. Aber es ist das Wissen, dass wir vor Gott alle nichts hinzugeben haben. Es ist das Bewusstsein, so wie Paulus sagt, die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen sind. Gott beruft bedingungslos. Und seine Hingabe gilt bedingungslos. Jeder kann seine Hingabe empfangen. Das ist das Ziel seiner Hingabe, die bedingungslose Liebe zu uns Menschen. Und so will er uns rufen. So will er uns berufen zum ewigen Leben. Und das ist das Einzige, das Einzige, was sie auf Erden Zukunft hat. Seine Berufung für uns zum ewigen Leben. Der Weg zum ewigen Leben ist das Einzige, was auf dieser Erde wirklich Wert hat. Der Weg, der mit Gott weitergeht als jede weltliche Perspektive. Und deshalb sagt Paulus, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und das sollte unsere Antwort sein. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Denn auf unser Konto können wir sowieso keine Erfolge verbuchen. Wir können auch keine Erfolge Gott vorweisen. Wir haben ja doch alles, was wir haben von ihm. In einem Weihnachtslied heißt es, ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Und das ist das Dritte, was uns unser Text sagt. Geben wir uns und alles, was wir haben, doch Gott hin. Geben wir uns ganz und gar Gott hin. Denn wir haben ja sowieso alles von ihm bekommen. Wir wären ja sowieso ohne ihn nicht denkbar. Das sollte unsere Hingabe sein. Weil Gott sich uns hingegeben hat, deshalb sollten auch wir uns ihm hingeben. Und dann dürfen wir sicher sein, dass er unser Leben auf guten Bahnen und zum besten Ziel führen wird. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.